Hallo zusammen, es hat eine Weile gedauert, wenn ihr nichts mehr von mir gehört, wie ihr aus dem letzten Bericht erfahren konntet, lag das an technischen Problemen, also es hat nicht funktioniert, jetzt geht es zum Glück wieder, gestern stand das erste Freundschaftsspiel auf dem Programm, was endlich ausgetragen werden konnte, 3 zu 0 verloren, mit meiner leuterischen Leistung bin ich selber auch nicht so zufrieden, es waren gute 10 Kilometer, Intensität konnte man ein bisschen steigern, mehr könnt ihr nachlesen im Bericht. Und bis nächste Woche.